Ich lerne Deutsch. Nummer 14.992 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Welche beruflichen Erfahrungen haben dich am meisten geprägt? Welche beruflichen Erfahrungen haben dich am meisten geprägt? Welche beruflichen Erfahrungen haben dich am meisten geprägt? Dieser Erfolg war nur möglich, weil alle im Team an einem Strang gezogen haben. Dieser Erfolg war nur möglich, weil alle im Team an einem Strang gezogen haben. Dieser Erfolg war nur möglich, weil alle im Team an einem Strang gezogen haben. Mir fehlt die Krankengeschichte des Patienten. Ich habe keinen Zugriff auf den Server. Mir fehlt die Krankengeschichte des Patienten. Ich habe keinen Zugriff auf den Server. Ihre typische Reaktion auf Kritik ist sofortige Verteidigung. Betont, dass die übliche und erwartete Reaktion dieser Person auf Kritik die Verteidigungshaltung ist. Dieses Geschäft bietet eine große Auswahl an Körben. Darf ich mir einige Himbeeren nehmen? Darf ich mir einige Himbeeren nehmen? Können uns diese neuen Erkenntnisse für unser Projekt nützen? Können uns diese neuen Erkenntnisse für unser Projekt nützen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns bitte ein Like! Und gib uns diese neuen Erkenntnisse! Und gib uns die Nachrichten! Vielen Dank.